So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine neue Infofolge. Jetzt habe ich schon ein bisschen Bedenken gehabt, dass Niantic nicht mehr diese Blogposts macht, sondern wirklich nur noch Grafiken auf Twitter teilt und das war's. Ich weiß, Twitter ist die Hochburg für Pokémon GO. Ich bin auf Twitter an sich nicht aktiv, ich habe mir ein Konto erstellt, aber ich gucke da nie nach, ich verfolge da nichts, ich verpasse da also alles. Ich warte also immer, bis es die offiziellen News, die offiziellen Blogposts da gibt, beziehe mich darauf, mach das ein bisschen ausführlich, bring die eigene Meinung mit ein, sag worüber ich mich freue, was ich doof finde und das mögen ja die meisten Zuschauer auch. Jetzt bin ich natürlich wieder der Letzte, weil ich auf diesen Blogpost gewartet habe und muss schon wieder alles umwohnen. Gestern sollte eine Premiere kommen, 20 Uhr, die habe ich dann gestrichen, hab sie verschoben. Heute sollte 20 Uhr eine Premiere kommen, hab ich gestrichen, hab sie verschoben. Weil ständig, na jentig, irgendwas bringt und macht und tut und bevor du da wieder 5 Uploads am Tag auf dem Kanal hast, teile ich das irgendwie auf, es ist auf jeden Fall ein riesen Gewurschtel. Ich hasse den Season-Übergang, weil das jedes Mal so ein Mega-Chaos ist. Trotzdem versuche ich mich den einzelnen Themen zu widmen. Und das nächste, was jetzt frisch angekündigt wurde, was ich auch jetzt dann heute noch machen möchte, dass das wenigstens ein bisschen up-to-date ist, ist der Community Day im Juni, nämlich mit Milza. Es wurde ja schon ein bisschen was vorhergesagt und alle Gerüchte stammen hier Milza und so und es ist halt wirklich Milza geworden. Jetzt haben die einen gesagt, Milza ist ja total toll, ich freue mich ja so auf Milza, ist mein Lieblings-Pokémon. Und der Rest sagt wieder, toll, das habe ich schon als Shiny, langweilig. Es wird immer so sein, wenn ihr alles gebt und alles direkt beim ersten Mal habt, dann vergeht euch schnell der Spaß und dann sagt ihr, es ist nichts Neues. Dann sagt ihr, das habe ich doch schon. Dann spielt einfach, weil es Spaß macht und nach und nach kriegt man sowieso alles gefühlt irgendwann hinterhergeworfen. Es gibt nicht wirklich was, was wirklich extrem seltener ist und einen Wert hat, außer vielleicht ein paar kostümierte Sachen und so. Aber Milza ist eigentlich ein Pokémon, was prädestiniert ist, um einen C-Day zu bekommen und hat es auch bekommen. Ich denke auch Klick wird irgendwann einen C-Day bekommen oder Praktibalk, also da muss man auch nicht viel raiden oder brüten oder machen oder tun. Die werden sicherlich auch einen bekommen. Ich finde Milza cool, aber gefühlt ist das trotzdem ja eigentlich ein nutzloses Pokémon, oder nicht? Ich habe noch nie gesehen, dass man mit Max Sachs irgendwas macht. Mega Max Sachs gibt es nicht. Milza, Shiny, ja, ein bisschen unspektakulär. Shiny Max Sachs schon eher, da freuen sich die Leute immer drauf und Max Sachs bekommt jetzt eine neue Attacke, womit es vielleicht besser wird. Aber da brauche ich eure Hilfe wieder, denn ich habe ja keine Ahnung. Samstag, 10. Juni, 14 bis 17 Uhr. Ich will mal schauen, ob wir es vielleicht schaffen, Pupsi ist ja nicht mehr schwanger, das Kind ist ja da, vielleicht einen Spaziergang zu machen, durch einen Park mit einem Kinderwagen, den C-Day dabei zu zocken und einen Stream zu machen, eine Stunde. Mal gucken, wer die meisten Shinies bekommt. Pupsi Handicap, oder wir machen jeder eine halbe Stunde Kinderwagen und Dings. Ach, das wird ein Desaster. Ich glaube, wir lassen das lieber. Nein, irgendwie kriegen wir es schon hin. Pupsi spielt ja immer zum Spaß mit einer Hand und macht keinen Schnellfangtrick. Das wird schon gehen. Mal gucken, was ich davon hält. Denn, ja, soll man ja in der Familie zusammenspielen, das wäre doch perfekt. Milza, C-Day, Samstag. Max Sachs, bekommen die Attacke Breitseite. Trainerkämpfe, 50 Schaden. Angriff des Gegners sinkt garantiert. Arena-Kämpfe, Rätkämpfe, 35 Schaden. Rayquaza hat auch die Attacke Breitseite bekommen. Die war für mich irgendwie uninteressant, weil ich die halt als Drachenattacke nicht so krass angesehen habe. Muss wohl wieder was für die GWL sein. In Raids sehe ich die jetzt nicht als nutzvoll an. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es wird wieder eine Spezialforschung geben für einen Dollar. Die werde ich mir definitiv holen oder ihr holt die mir oder wie auch immer. Ich finde, für einen Euro oder einen Dollar lohnt sich das jedes Mal am C-Day, einmal im Monat, das auszugeben. Weil schon allein die Items, die ihr bekommt, sind mehr wert als diese einen Euro. Wenn man es umrechnet oder sich wirklich kaufen würde. Und auch die Pokémon-Begegnungen, die garantierten und auch ein fertig entwickeltes Max Sachs. Im Fangbild zu haben, ist einfach richtig genial. Muss sich jeder mal angeschaut haben. Event-Boni, da es kein C-Day-Classic ist, sondern ein normaler, umfasst er jetzt wieder gefühlt alle Boni, die es gibt. Plus einen ganz besonderen, den ich gefühlt so noch nie hatte. Wir haben dreifache Fang-EP für die EP Jäger. Wir haben doppelte Fangbonbons. Doppelte Chance auf XL beim Fang. Der Pokémon für Trainer Level 31. Log-Module, 3 Stunden, Rauch, 3 Stunden, Fotobombs, Tauschen kostet weniger und ein zusätzlicher Spezialtausch. Und jetzt das Besondere, das heißt maximal 3 Stück an dem Tag. Normalerweise hat man einen Spezialtausch an einem C-Day, dann 2 Spezialtrades. In der momentanen Season, die am Donnerstag, am 1. Juni beginnt, die 3 Monate geht, hat man aber sowieso 3 Monate lang einen 2. Spezialtausch täglich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ihr habt jeden Tag 2 Spezialtrades, nutzt die auch. Deswegen kriegt ihr am C-Day den zusätzlichen und habt dann 3, 3 Stück am Samstag, am C-Day. Gerade wenn man unterwegs Leute trifft und die nicht kennt, komm schnell mal Spezialtausch machen. Kostet ja nicht eine Million, kostet ja nur 500.000. Dankeschön dafür, bis zum nächsten Mal. Dann wird es natürlich wieder Bonus-Raid-Kämpfe geben von 17 bis 22 Uhr, also 5 Stunden lang. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich auch nicht machen. Interessiert mich gar nicht, ihr kennt das Prinzip. Ihr versucht, das Ding zu verprügeln vor Ort. Ihr könnt ja niemanden einladen und dann erscheint halt um die Arena herum nochmal ein bisschen Milza, was auch shiny sein kann, um euren C-Day zu verlängern. Wer also nachmittags keine Zeit hat und er abends spielen will, der muss halt einen Raid machen und kann dann Milza fangen. Manche nehmen das immer als Herausforderung, um zu gucken, ob sie die Stufe 4 Raids bezwingen können. Solo, ich denke da immer an den Benjamin, ich brauche da aber nichts. So, Sticker gibt es auch wieder, Sticker sind hier gezeigt. Ach, sind die schön, guckt euch doch mal die Sticker an. Sucht ihr nach einer Gruppe, das ist egal. Ich freue mich trotzdem auf den C-Day. Ich freue mich eigentlich auf jeden C-Day. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen mit dem Spielen. Beim letzten C-Day bin ich ja, glaube ich, eine Stunde alleine draußen rumgerannt. War das ein C-Day? Diesmal ist es vielleicht zu zweit wieder möglich, vielleicht mit Kinderwagen. Milza ist trotzdem ein cooles Pokémon. Milza ist eigentlich ein seltenes Pokémon. Wer noch keinen Shiny hat, freut sich total. Ansonsten vielleicht ein 100er Shiny zu kriegen oder halt gucken, was sonst noch alles da ist. Als Tauschmaterial, ein bisschen hin und her, Glückstausch. Ganz viele Milza sammeln Bonbons, gehen immer nochmal einen Maxax hochziehen, die Event-Attacke mitnehmen. Ja, es gab schon schlechtere, uninteressantere, aber ja, es gibt wieder die Leute, die sagen, brauche ich nicht, habe ich schon. Zu wem zählt ihr? Freut ihr euch auf den C-Day? Ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt warte ich extra noch 5 Sekunden ab. 4, 3, 2, 1. Ciao.